Dein Zoo heute in England, wo doch tatsächlich ein süßes kleines Kätzchen in der London Underground gefunden wurde. Bei einem Kontrollgang im U-Bahn-Schacht wurde sie hilflos und verlassen entdeckt und wird jetzt von Tierpflegern wieder aufgepäppelt. Das Underground-Kätzchen wird auf gerade mal vier Wochen geschätzt. Sie wurde in der Victoria-U-Bahn-Linie gefunden, woraufhin man sie kurzerhand Victoria taufte. Victoria wurde offensichtlich ausgesetzt, weil ihre Besitzer sich nicht um sie kümmern wollten. Katzen und Hunde kosten eine Menge Geld. Man muss sie füttern, impfen, entwurmen. Sie können krank werden. Viele unterschätzen die Folgekosten eines Haustieres. Glücklicherweise gibt es ein Happy End für Victoria, denn hier im Blue Cross Animal Hospital ist sie in guten Händen. Und hoffentlich findet sie bald eine Familie, die sich wirklich um sie kümmert. Viel Spaß beim Anschauen!